So, hier auch wieder abholzen, abholzen, abholzen. Die Treppen, fette Treppe, ah, jetzt habe ich wieder nicht genug Slaps, yeah, Bäume kloppen, aua, wo wir gerade dabei sind, nehme ich schon mal gleich die Setzlinge mit. Yo, und zwei Knochen haben wir auch, so, dann können wir ein paar Knochen, so, hier ein Boom, da ein Boom, hier ein Boom und da ein Boom, hier ein Boom, da ein Boom, hier ein Boom, dann Boom, hier ein Boom, dann Boom und noch ein und noch ein und noch ein und noch ein. noch einen da Boah ich bin so nachhaltig das ist ja awesome ich bin voll stolz Ah noch ein Appel Tadaa Oh Jo das sieht doch gut aus Jo das sieht doch cool aus mit den zwei Fenstern Dann gehen wir mal wieder runter So die Dough So die Hälfte nehmen wir Ach Ja Treppen brauchen wir nicht Wir brauchen Slabs So das wärs ja gewesen Oh cool jetzt ist schon ein Baum gewachsen Ah Toll So So das ist doch schön Das ist doch richtig schön Die Bäume wachsen auch schon langsam Die Bäume wachsen auch schon langsam Ah Sehr schön Obwohl so kommt eigentlich kein Licht hier rein Ja ne das war ne blöde Idee Reißen wir ab So besser So besser Jo So 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 Und dann können wir auch schon So 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 Zwei. So. Haha. Haha. So. Was brauchen wir alles? Wir brauchen ein Schwert. Fackeln brauchen wir nicht. So. Dann gehe ich mal raus. Monster angreifen. Oh, der Mond ist voll schön. So. Hallo. Wieder heller. Wird er die Bieste auch sehen. Verkriechen die sich denn, ey. Hallo. Woa. Shit. Woa. No way. Wo kam der denn her? Alter, ich hasse Creeper. Boah, ey. Sneaky little bastard. Oh, cool. Das ist eine Höhle. Oh, das ist ganz schön dunkel da. Hihihi. Tü, tü, tü. Tü, 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 tü. Ähm. Das ist eine Spinne. Und da ist noch eine. Ja. Du ling, du ling, du ling. Boah, ey. Wie viele Creeper. Boah, shit. Oh, nee, ey. Und das nächste Loch. Alter, wie viele von den Viechern gibt's denn hier, ey? Gibt's ja. Ah, scheiße. Ich hab, ah, nee. Jetzt ist auch noch mein Schwert kaputt. Nein. Ah. Damn it. Oh, das war so klar. Oh, ich schlaf jetzt erst mal. Oh, verdammt. Oh, geil. Das erste Mal hier draußen. Oh, man. Oh, man. So ist ja alles. Piss off. Piss off. Komm schon. Hau ab. Mann, Penner. Mann, ey. Überall sind diese hässlichen Krater, ey. Boah. Ich hasse Creeper. Hässlichen, kleinen, grünen Männchen. Ah, man. Maybe it's me. Bye-bye. Thanks now. Bye-bye. 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 So, ich, äh, mal ein neues Schwert. Ah, ja. Oh, Mann, ey. So, Stein, bitte. Kein kaltiges Holzschwert. So. Ja. Ich werde dann für heute erstmal Schluss machen. Ähm. Ja, keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe. Ja, gut. Also, man sieht sich dann, ne? Tschüssi. Tschüssi.